liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu diesem video ihr wisst es bereits das lego vip weekend steht am wochenende an sprich also am 21 und 22 11 2020 bereits vor einer woche hatten wir euch von den exklusiven aktionen für die lego vip mitglieder am wochenende berichtet dabei wird es sich einmal um doppelte vip punkte handeln sprich also statt der üblichen fünf prozent werden euch dieses mal zehn prozent eures jetzigen einkaufs als punkte gut geschrieben die könnt ihr dann in gutscheine umtauschen und beim nächsten einkauf wiederverwenden des weiteren wird es für einkäufe ab 150 euro das set 40 41 0 charles dickens tribute gratis dazugeben dieses werdet ihr dann allerdings auch am black friday noch mal erhalten können sofern ihr es nicht schon am vip weekend bekommen habt hier möchte ich noch mal zur vorsicht aufrufen denn wie immer gilt nur ein geschenk pro haushalt und zuletzt zeigte sich dass das auch über mehrere aktionen hinweg gelten kann es kann also eben passieren dass ihr das set am black friday nicht noch mal bekommt wenn ihr es schon am vip weekend erhalten habt außerdem noch ein kleiner programm hinweis sozusagen heute abend um 22 uhr wird es hier auf dem kanal einen live stream geben zu gast bei mir ist unser promobricks chefredakteur michael der hat das set nämlich schon und wird es dann im stream hier live aufbauen außerdem werden wir über das vip weekend ein bisschen über black friday und auch die kommenden 2021 set neuheiten reden würde mich freuen wenn ihr da auch einschaltet zurück zum thema wenn ihr für 200 euro oder mehr einkauft qualifiziert ihr euch zusätzlich zum charles dickens set außerdem noch zum erhalten dieses hübschen türkisen baubaren legosteins naja letztes jahr gab es den in rot dieses jahr eben in türkis mein fall ist es jetzt nicht unbedingt viel spannender ist dann wohl aber der blick nicht nur auf die aktionen sondern auch auf die angebote da konnten wir euch letzte woche noch nichts genaues sagen jetzt folgt allerdings die enttäuschung es wird wohl keine rabattierten sets geben zum zeitpunkt dieser aufnahme ist es circa 14 uhr das heißt in australien hat gerade der 21 11 begonnen also der erste tag des vip weekends deswegen befinde ich mich jetzt im australischen lego online shop sozusagen als außenreporter und wie ihr sehen könnt seht ihr nichts auch wenn es keine reduzierten sets gibt so wollen wir uns trotzdem mal anschauen bei welchen sets es sich trotzdem lohnt zuzuschlagen falls man sie denn er auf seiner wunschliste hat hier an dieser stelle möchte ich noch sagen dass es uns freuen würde wenn ihr euren einkauf über einen unserer shopping links tätig dadurch erhalten wir eine kleine provision für die vermittlung selbstverständlich ohne dass sich für euch was am preis ändert dadurch helft ihr uns den block am laufen zu halten und uns neue lego sets für reviews zu kaufen vielen dank dafür los geht's erstmal mit exklusiven sets sprich setzt die es zur zeit erst einmal nur direkt bei lego gibt klar nach drei monaten kommen die dann meist auch in andere geschäfte aber falls ihr diese sets eben direkt zum verkaufsstart haben wollt lohnt es sich jetzt zuzuschlagen als erstes hätten wir da den frisch erschienen 10 274 ghostbusters ecto one für 194 euro 95 weiter geht es mit der 75 978 harry potter winkelgasse für 389 euro 91 dann haben wir auch in diesem monat erst erschienen die 21 324 ideas 123 sesame street für 116 euro 97 außerdem einem blick wert ist das set 71 374 nintendo entertainment system für 224 euro 19 damit qualifiziert ihr euch auch automatisch für beide geschenke des weiteren gibt es noch den 76 161 das ist der bad wing den es ja auch neu gerade gibt passt dann auch zum letztjährigen bad mobil hier im angebot für 194 euro 95 wir haben aus dem september die 75 290 mos eisley cantina für 341 euro 17 die haben wir hier auch schon vorgestellt ich werde das review mal oben rechts in der ecke verlinken falls ihr euch dann auch unsicher seid ob ihr das set kaufen möchtet schaut da gerne mal rein und als letztes haben wir noch das set 10 275 elfen clubhaus für 87 euro 72 das ist das diesjährige set zum winter village außerdem erwähnenswert sind noch die teilexklusiven sets diese sind nicht im normalen handel sondern nur bei premium partnern erhältlich sind also auch interessant wenn es jetzt bei lego zwei geschenke und doppelte vip punkte gibt da haben wir als erstes das 21 323 grand piano für 341 euro 17 10 273 creator geisterhaus für 224 euro 19 ein fan favorit ist dann die 10 277 krokodil lokomotive für 97 euro 47 und zu guter letzt dann noch 43 179 mickey maus und mini maus für 175 weiterhin sind für viele auch sicherlich einige sets interessant die kurz vor der produktionseinstellung sind hier lohnen sich doppelte punkte und gratis zugaben also erst recht ich möchte hier auch noch mal auf mein video zur eol liste verweisen das werde ich hier oben rechts auch noch mal verlinken da sind dann mehr sets noch drin als die die ich jetzt hier aufzählen werde das sind allerdings meine 20 persönlichen einschätzungen hier jetzt eher allgemeiner gehalten wir haben als erstes das set 10 256 das tachmahal für 321 euro 67 dann einmal den 10 220 vw t1 camping bus für 97 euro 47 und passend dazu die 10 252 das ist der vw käfer für 87 euro 72 wenn ihr die beiden sets kauft habt ihr zusammen immerhin schon mal mehr als 150 euro und bekommt dann auch das charles dickens set dazu wir haben außerdem die beiden idea sets familie feuerstein für 58 euro 48 und auch noch steamboat willy für 87 euro 72 des weiteren die beiden charnies new year sets aus diesem jahr das ist einmal das set 80 104 löwentanz für 68 euro 23 und die 80 105 tempelmarkt zum chinesischen neujahrsfest für 97 euro 47 außerdem sicherlich auch sehr cool die 75 244 tentiv 4 aus der star wars reihe für 194 euro 95 das hätte gab es ja nie wirklich so sehr günstig rabattiert allerdings möchte ich hier mal noch offen lassen ob es sich wirklich schon lohnt dass am vip weekend zu kaufen es könnte sein dass es die vielleicht auch zum black friday gibt wie ihr sicher mitbekommen habt kommt ihr nicht mit jedem set auf die 150 oder gar 200 euro einkaufswert die für die geschenke notwendig sind da macht es sich natürlich gut wenn ihr gleich mehrere wünsche habt und so kombinieren könnt ansonsten empfiehlt es sich gewisse fülle artikel für möglichst wenig geld zu nehmen da empfehlen wir euch einfach mal die bric heads die kosten dank der reduzierten umsatzsteuer gerade 9 euro 74 und selbst wenn ihr sie nicht sammelt eignen sie sich hervorragend zum weiterverkaufen an andere sammler so viel also zu den aktionen und tipps zum vip weekend trotz der fehlenden angebote hoffe ich für euch war trotzdem etwas dabei und euch hat das video gefallen wenn dem so ist lasst gerne ein like da und abonniert den kanal aktuell gibt es ja sehr viel berichtenswertes aus der lego welt schaut auch gerne mal auf telegram und instagram vorbei das ist wie immer für euch in der video beschreibung verlinkt jetzt bedanke ich mich erst einmal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet doch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss